Fass dich rassiert, Digga! Ich hab das gleich mal, ey! Oh, der Waffe! Live! 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 Hallo Leute, herzlich willkommen zu der zweiten, ersten Serie auf unserem Kanal JuiceMedia. Wir spielen hier zusammen mit der JuiceMedia Crew und mit Patrick und Niklas. Gubi Tag! Also zur JuiceMedia Crew gehören Moritz und Live. Aber wir zocken uns hier erstmal zu 5 Brawlhalla, das ist sowas wie Super Smash Bros, bloß für den PC halt. Ist noch in der Beta, aber macht trotzdem schon Spaß. Auf Steam kostenlos. Ja. Ja. Und wir werden das in dem Aufnahme dann aufnehmen, dass Julian immer als erstes aufnimmt, dann live und bei allen Spielen außer Art werde ich dann als drittes aufnehmen. Ja. Auch so schön noch irgendwas. Ja. Es ist zu schlecht. Kann er ja nichts früher. Äh, wieviel Leben haben wir überhaupt? Sind meine, das sounds irgendwie aus? Ja. 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 Hör mal los auf. Ich wollte ja nichts zu machen. Äh, er hat noch zwei Leben. Ja, aber Julian hat ein Leben verloren. Hallo? Nein, in dem Spiel ist es irgendwie eh nicht so richtig, wer aufnimmt. Ey. Ja, ist einfach so. Lass euch da mal kloppen hier. Ey, lass mal alle Türen gehen. Äh, Patrick meine ich. Hau ab! Verpiss dich mal! Nein! Nein! Muss mal hier weg! Wo bin ich? Ach da! Julia? Oh scheiße, dachte Aber Julia ist sehr beschädigt jetzt schon. Ich bin auch schon sehr beschädigt, meine ich, aber... Aua! Ich schlag grad live zusammen, ey! Aua, wer war das? Welche Äther? Ich! Ey, wir müssen mal alle auf Patrick gehen, der hat noch drei Leben, hallo? Hau da! Ich will euch hier nicht! In diesem Spiel heißt das Überleben, von daher bin ich ganz gut dabei! Weg da! Oh, Alter! Das da oben ist mein Revier! Okay, vielleicht doch nicht! Jetzt sind wir hier zu viel! BAM! Ey, wir machen grad hier so'n Lanzen-Kampf hier! Ich hasse diese Attacke! Komm her, live! Ich hab' mein Speer weggeworfen! Nein, ich kann nicht mehr springen! Ich bin da voll verpackt! Ich weiß, ich glaub' ich krieg halt am Kommentaren! Oh, nein! Shut down! Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Da! Das ist clean, Patrick! Nee! Danke! Ey, Leute! Patrick verpiss dich die ganze Welt! Ja, ich kann das gut! Ja, ich kann das gut! Ich bin voll der dreist Typ hier! Die meine Waffenwerte weg dann, ja? Ja, ich bin tot! Ja, ihr bist raus schon? Aha! Grüß dich sehr! Patrick ist einfach das Beste hier immer! Die Tochter spielst du viel, nein! Es liegt daran, dass ich mich immer verpisse, siehste doch! Autsch! Oh, Mann! Warum fliegt der bei Windy so weit? Windy mehr schaden! Weil ich verdammt hohe, weil ich verdammt hohe Defense hab! Ich hab richtig hohe Defense, deshalb nehm' ich doch diesen Charakter! Oh nein, nicht besser! Oh nein, nicht besser! Grüß Patrick für ihn! Nein, Patrick, oh nein! Ja! Nein! Scheiße! Ich hab dich raffiert, Digga! Ohne Waffe! Nein! Läuf! Läuf! Äh, nach oben! Du musst auch dazu dein Ding sagen! Komm zu ihm! Ey, ich dich Patrick jetzt noch, ne? Viel Spaß! Los, komm! Ich mach ein Leben noch mal! Ey, Digga! Dafür, dass ihr das Spiel jetzt heute habt! Oh, pass! Ah! Ich dachte ihm, du fällst runter! Denk' ich fällst runter! Wenn ich selbst unterspringe! Oh, nein! Nein, die hat sie wirklich nicht! Das wäre ja gerade die beste Situation gewesen! Ja, Mann! Schreib's dich doch mal! Was macht dir das? Was macht ihr denn da? Ich will das, Eierk! Okay, los! Hol dir deine Waffe! Bitte! Okay, die hab ich! Hätte ich dachte, du würdest ein Leben ohne! Dachte ich auch, aber dann wolltest du ja unbedingt deine blöde Lanze! Oh! 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 Okay, war fair! Er hat gut gespielt! Yay! Ja! Ja, Julian! Ja, ich bin Nutzer! Ey, ich würd' sagen, wir nehmen drei Runden auf, oder? Ja! So, dass man fast ne Viertelstunde halt hat! Ja! Level up! New Stands! New Stands 5, Alter! Bin voll stolz auf mich! Die falsche Stands! Loy! So, besser! Hey, ich bin dreimal gefallen! Hab einen KOS! Warte, guck mal! Das ist meine neue Stands, da! Die nehm' ich jetzt! Schnelle Angriffe und hohes Schild! Viel... Ja! Ja, Pyro erstmal! Übelst viel Stärke! Läuft bei dir! Ja, und Scarlet hat halt's übelst viel Stärke! Ja, wie kann man das denn auswählen? Ja, ich hab das Spiele seit heute, Alter! Niklas, jetzt such'n Charakter aus! Ach so! Warte kurz! Er nimmt eh wieder Edda! Nimm Edda! Ja, ich muss Moritz ein bisschen hergleichen! Nimm Edda in der gleichen Farbe wie Moritz! In der gleichen Farbe, du Idiot! Nein! Kann man nicht! Ja, ich hab' ich freigeschaltet! Doch, hab' ich freigeschaltet! Nee! Ich nehm' mal wieder Random! Big Titan, Leute! Ja, wer auch noch nicht gewählt hat, ey! Scheiße! Boah, schon wieder! Geh' mal, wenn ich mit der Zocke kommt meine Map! Und zwar immer diese! Das war Patrick Bun! Patrick, das ist scheiße! Geh' mal weg! Das weiß ich! Ey! Haben wir doch eben schon gespielt! Ja! Ach, ich! Aber ich mag die Map! Ah! Guck, guck! Nein! Julian! Nix! Boom! Oh, scheiße! Ich will ne Waffe! Ah, das ist so nackt! Bleib, vermiss dich! Ah! Nein! Uff! Äh! Mitgehts! Jetzt flieg doch mal weg hier! Wahhhh! Jesus Christ. outhern Schandal Weisp! Jaher, schon mal klick coffin. Es reicht! Ich habe mir leid die mit... Ich sehe mich gar nicht mehr gerade irgendwie. Oooh! Leif hat so ein Scheißdruck, ey, das kippt sich. Ich liebe Bunken. Die einzige Waffe, die ich richtig liebe und mein Speer da. Wieso ein Schwert? Was? Mein Speer. Yey, ich hab's etwas holen. Ey! Ah, live! Äh, Alter, ich bin Patrick! Geh weg! Da kämpfst du gegen mich! Mach ich mal Patrick weggehauen. Oh oh! Ja, genau! Ey, das dauert voll lang, bis ich meine Attacke aufgeladen habe, dass wir gleich sind. Nein! Nein! Oh! Fliech! Nein! Und, äh, Julian! Fast! Oh, Scheiter, das gibt's nicht. Jetzt bin ich aber raus, Alter. Tut mir leid, Julian. Fick dich. Oh, Boris für Basta! Warte, ich fühl die Waffe! Verfiss dich! Ja! Habt ihr das gesehen, Leute? Guck mal auf Orion, in der Instituents. Da seht ihr, wie ich ab... Oh! 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 Yo! Was war das denn, Alter? Ja, live! Fick dich doch! Aua! Ich werf genau in die Waffe auf! Oh, Alter! Okay! Äh, der Pol weg ist. Ah, ja. Junge! Wer wirft immer diese scheiß Bock? Er wird lange Weile! Er wird meine Waffe nicht close. Also, ich find der Bomber auch nicht so gut, deshalb hier Biene. Nein! Bumbe! Pick dich nein! Ey, wieso... Ey, Moritz, wieso machst du... Schaffst du das denn, dass... Hä? Fast hat mich selbst gesprengt. Ich hab gegen die Decke hier geworfen. Ich hab keine Waffe, Leute, warten mal kurz. Die will ich nicht. Ey, alle haben noch zwei Leben außer... Ich bin da... Ich bin tot. Ich bin runtergefallen. Moritz ist auch gleich tot, denk ich mal. Ey, heils Maul. Yuen ist eh gleich wieder raus. Der ist schon wieder rot. Ey, Yuen haut mich einfach nur in Luft. Mein Havis probiert dich zu haut. Verfiss dich! Ich komm mal lieber ab. Komm mal hoch hier! Okay, warte. Nicht du! Los nicht rein, los nicht rein! Geh da rein! Bah, ich hab mal zu euch hochgesteckt. War das eine Bombe? Geht mal weg! Ja, warum das hier ist, ich will den verkloppen. Warte, ich kann nicht warte, ich will den... Wer chillt da unten die ganze Zeit hier? Meinst du mich? Ich glaub, das ist Moritz. Nee, ich hab mich die meiste Zeit rausgehalten. Wie Moritz. Moritz und ich haben uns rausgehalten, die haben gekriegt... gekriegt. Kim. Nicht, das darf zugucken. Ja, tut mir leid. Mit ein paar Tagen bin ich auch ein bisschen besser. Ja, ja. Nein, glaub ich nicht. Ich wage zu bezweifeln. Oh shit, alter! Sorry! Hast du recht nicht verdient, Moritz, Alter. Hast du so recht nicht verdient. Wir müssen theoretisch mal auf Patrick, dein am meisten Leben. Mit mir, okay. Nee, da machst du nix, den kannst du noch wegschießen. Ja, doch. Oh mein Gott, ich falle. So, wieder Patrick gegen Leif, Alter. Die besten beiden. Ja, tut uns leid. War doch, Patrick, weißt du, was ich abfuckt? Ich glaub, Leif hat nur überlebt, weil er sich die ganze Zeit rausgehalten hat. Ja. Äpsch. Hä, was war das denn für ein Face? Ja. Scheiße. Der kann das gut. Heute noch! Schon wieder ne Lanze? Das magst du doch nicht noch. Du benutzt sie genau so kacke wie ich. Was machst du da? Okay, das war nicht schlecht. Finde schon! Aua. Nein, 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 nein! Ja, fall runter! Alter, jetzt spielt mal richtig, Mann! Wir spielen richtig! Der Pussy ist der Herr! Leif, du bist so ne Pussy! Nur weil du schlecht bist, einfach. Ähm, ja! Leif, du bist noch im Game-Bereich. Leif ist nur so weit, weil er sich die ganze Zeit versteckt, ey! Äh, alles klar! Finde, ich mach' ich alle Platz! Ja, genau! Aua! Wow! Jetzt mach mal vernünftig Leif, rasier ihn mal, komm ohne Waffe, hast du. Oh shit. Patrick, wie machst du diese Attacke mit dem Hammer nach unten? Oh oh. Ja, danke, dass du mich bei dem Ding gerettet hast. Leute, ihr habt noch eine Minute 20. Ja, ich will überleben. Ich will aber nicht, dass er überlebt. Und die Folge ist gleich vorbei. Ich kann gut in sowas reinspringen, muss ich jetzt sagen. Komm, komm, bring mir die Sache. Oha. Ja, wirf sie einfach weg durch die Hose. Alter Knopf. Er rennt die ganze Zeit einfach nur weg. Putz! Leute! Nein! Jawoll. Nein, er hat's überlebt. Leute, wer seid ihr? Moment für die Zeit. Ohhhh. Ohhhh. Oh nein, er hat noch eins. Ohhhh. Nein, nein, nein. Er springt schon mal vorsichtshalber runter. Ohhhh. 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 In der letzten zwei Sekunden. Nächste Folge seht ihr ja aus Live Sicht, beziehungsweise ja, euer Freund live, der aufnimmt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Und... Jaaa. Jaaa. In der letzten zwei Sekunden, nur one on one. Guckt euch auf unserem PS vorbei. IP ist in der Beschreibung. Macht's gut, haut rein. Tschö. Bye. Gut, lass uns nochmal weiter. Gut, lass uns nochmal weiter. ... Aperte...